Fahre mit dreifach überschrittener Promillegrenze, Beschädigung eines Streifenwagens, Widerstand gegen die Staatsgewalt... Nein, 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 nein. Seien Sie bitte still. Junge, Junge, ist das eine Ehre. Ein Profi wie du interessiert sich dafür, mit einer Mannschaft für unsere zu arbeiten. Interessiert ist nicht das richtige Wort. Mannschaft auch nicht. Wann soll ich den Jungs sagen, dass es losgeht? So wie es aussieht, nehmt ihr an einem Wettkampf teil. Und teilnehmen heißt gewinnen. Habt ihr das verstanden? Geht so. Das reicht. Mal sehen, wie ihr euch bewegt. Verzeihung. Genau, so richtig drauf auf die Lauter. Schmudentrainer! Nein, nein, nicht nötig. So, ja? Nein, so nicht, nein, aber was soll's. Ja. Und wie machen wir es? Du wirfst ihn zu mir und ich dann zu dir. Einfach, oder? Hey! Oh! Namazin. Vielen Dank.